Wir haben einen Wunnen geholt, also eine Runde gewonnen, mit 21 Null und Null Kills. Hier sind 7 Steps. Draußen wahrscheinlich. 2 Steps. Ich hab keine Waffe. Ja, im Haus ist was, im Haus ist was. Hier vorne ist was. Ich hab keine Waffe. Ja, Ben. Hier kommt der in die Mitte. Wo? Wo ist der? Ja, hier unten. Ich hab immer noch keine Waffe. Oben vom Berg. Wo ist der denn? Den hab ich. Buschcamper hier. Hier ist er jetzt noch bei mir. Was da an? Mal gucken, ob das gebuffte Roadpunkt was taugt. Ach ne. Ich bin ein Rindvieh ey. Warte. Ich hab Splashys. Komm mal her. Ja. Ich bin grad noch beschäftigt. Macht mal. Macht mal euer Ding. Bounty an dem ja. Immer. Ich hab grad Charlies Schatz gekriegt. Ach guck mal, jetzt hab ich noch so ne Part, wo ich hingehen kann. Kann der Nächste ne Bounty anmachen? Ähm. Ich kann ja nicht mehr haben. Ne. Musst du Lines jetzt machen. Ok. Dann geh ich mal eine anmachen. Ganzes wieder vorder. Da hast du ja grad einen in der Hand gemacht. Ist genau. Ich hab hier grade so ein Block gekriegt. Schalies Schatz. Da hab ich so ne Schatzstraße gekriegt. Ja, ich hab jetzt Stress. War das weg zu dir? Ja, ich auch. Schauen. Danke. War die Bounty. Ach so. So, ne Döner-Shot dann in der Hand. Dort hinten ist einer. Der ist grad hinter dem Garten, war ich. Ja, ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Ah, ja. Danke. Ich brauch' mal eine andere Graue. Ich hab' ja nichts mehr. Was willst du haben? Ja, ich hab' das. 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 So, hinten ist noch was. Okay. Er ist down, tot. Team Vibe. So, und das läuft doch ganz gut. Nicht bis jetzt. Dann such' ich mir mal. Okay. Ich seh' so'n goldenen Pfeiler vor mir. Ähm. Kommt was hinter uns, oder? Ja, da kommt was über die Bäume. Ja. Ja. Da hat's schon zwei Hits kassiert. Armor broke. Klick nicht. Kommt noch einer. Ja, ist auch schon Armor broke. Oh, komm schon Fall um. Ja, das war nicht. Der brauche ich nur noch einen Hit. Jetzt? Ist er? Hat mich aber auch weggebummst. Hier drüben ist so'n Ding. Ja, wir haben hier Stress. Wir kommen da. Ich brauch' was zum Healen. Ähm. Warte mal hier. Hier kommt was, hier kommt was. Ein Berg unten. Ist hier direkt. Ja, ja, ich weiß. Hab' ich. Danke. Ich bin ja Winnie. Ich wollte die, äh... Finished. Lass' mal hier hingehen. Da gibt's immer ein Bot zum Anheuern. Ja, das müssen Leidens mal erzählen, wo die alle sind. Oder hast' da ne Übersicht? Nö. Sind einfach die, die ich mir gemerkt hab. Achso. Siehst du auch immer... Aber der ist schon weg. Den hat schon einer. Hier ist auch ein Bounty-Board. Ich mach' die nächste Bounty an. Ja, vor uns. Dort auf der Straße. Okay, ich komme. 2 Meter hinter dir. Ja. Ich warte, der ist dorthin in den Felsen. Mit Hammer. Zwei jetzt, glaub' ich. Ja. Darf ich mal nicht damit drauf schießen? Mit diesem komischen... Obst du da beschießen? Das ist wurscht. Ja. Hinter das Armor broke. Ja, ich sehe sie. Ja, genau. Drauf. Was rechts von euch auch was ist, habt ihr mitbekommen, ja? Ja. Du bist der Hammerman oder ne? Ne, ne. Hinter euch. Dort drin. Ach gut, ja. Inner Armor broke. Jade, du bist alleine. Ja. Ja, vor euch. Läuft ihr aufm Hang? Dort. Genau, hier oben. Hat ein Headshot. Ist down. Ich glaub' ich hab' den hin gedowned, der schon down war. Hast du ihn gekriegt? Der ist down, ja. Da drüben wär' noch so ne Box. Kannste noch nichts holen. Nein. Das war die Bounty und das Team ist down. Ja. Hier kommt das Hammerbeiß hinter uns. Hey, die sind da drüben rum. Ähm. Ich würde mal hier, hier so rüber gehen. Ja, dort. Unten sind die. Ich würde mal hier auf das Haus gehen. Ich komm mit. Was brauche ich denn hier? Müsst du welche haben? Was brauchst du denn? Für die DMH, also die Kralen haben. Ja, ok, warte. Ich lege sie dir ins Haus. Für die kleine Mammel in den Haus, aber. Hier direkt unter mir läuft einer. Nee, die hat's nicht. Und ich war hart weggebumst. Hinter dir. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Nee, ja. Er ist down. Team Vibe. Team Vibe. Hier goldene Team auch. Wo? Jo hab ich. Noch eine. Ein, ich schritte. Ahh, ich muss kleine Schildes. Da liegen, äh, saufparks. Ah, nee, warte mal. Kommt man hier? Kommt man auf einen Haufen? Oh, zu langsam. Hier, 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 hier. Heelen, heelen, heelen. Ja. Ihr habt kein Schild, Mann. Wartet doch nicht hin, Rennen. Ich hab einen down. Ich hab noch einen, ich glaub das war ein Team-Vibe. So, ich muss mich erstmal kurz bisschen sammeln. Ich geh hier noch links auf den Berg. Okay, healt euch erstmal, wenn ihr noch was habt. Jay, hast du noch was zum Shield? Nee, ich hab noch zwei Minis. Hier, hinter dir. Gib mal die Clay in deinem Date und dann den großen. Nicht auf den Bot schießen. Shit. Ja? Jetzt kommt der Bot. Dann schießt den mal ab. Der nervt sonst. Der ist weg. Da auf dem Berg. Zwei Mann hinter dem Felsen. Lass mal links auf den Berg gehen hier. Okay. Lass mal saugen. Ja, ich geh schon mal los. High ground und so. Hier fliegt eine Drohne über uns. Hier ist er. Ja, hier vorne. Back ist er. Das war stupid. Ähm, letztes Team. Ne, zwei Teams. Da unten? Ein Duo und Trio. Ein Duo und Solo. Linke Seite. Links ist One-Shot. Ist down. Achtung, Rocket. Schieß mal den Felsen kaputt. Ja. Ja. Noch ein Rocket, Achtung. Oho. Habe ich. Nur noch einer Solo übrig. Ich nehme an. Ich weiß es nicht. So, dann nehme ich mal hier so einen Kamehameha mit. Hm, shoppen wir mal eben. Ja, läuft da. Dort. Ist unten in dem Tal. Markiert. Ja, der hat einen Trill. Kannst du den Ding aus schießen oder sowas? Ne. Ja, es ist 3, 2, 1. Erledigt. Achso, okay. Ich geh in oben oder drüben. Ich geh in oben. Ja, ich bin oben. Und da. Ich geh. Schoen. Ich geh zu mir.